Weltberühmte Zeichentrickfiguren Wie Schweinchen Dick Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen Felix der Kater Woody Woodpecker Bugs Bunny der Hase Little Lulu Popeye der Seemann Superman Und viele andere in weltberühmten Zeichentrickfilmen Duffy Duck und andere in Enten ganz groß Duffy Duck, der Pantoffelheld Ich will die Scheidung Ich will die Scheidung! 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 Bitte Ruhe! Der erste Fall ist Dacke gegen Dacke. Herr Duffy Dacke. Herr Dacke bitte, ja? Äh, das ist der Gegenfrau Linda Duck. Ich will die Scheidung. Ich will die Scheidung. Die besten Jahre meines Lebens als Sklavin in einem Nest. Und welchen Dank habe ich dafür bekommen? So wie ich mich umdrehte, hat er es getan. Du missratene Federbettfüllung, du nutzlose Vogelscheuche. Steh nicht nur herum. Sag etwas. Tu doch endlich deinen Mund auf, du nutzloses Federvieh. Wart es nicht, deinen Mund aufzumachen. Du und deine Lügen. Ich will die Scheidung. Ich will die Scheidung. Nun, Frau Duck, Moment mal, Moment mal. Ich schlage vor, dass Sie uns einfach sagen, was passiert ist. Jawohl, euer Ehren. Alles war in Ordnung, bis ich letzte Woche einmal zu meiner Mutter musste. So, Daffi, es kann ein bisschen spät werden. Pass auf das Kleine auf und halt es warm, bis ich zurückkomme. Und mach keinen Mist, sonst dreh ich dir den Alts um. Ja, Liebling. Verstehst du mich? Keinen Umfug. Ja, ja, Liebling. Und hör gut zu. Du bleibst im Haus und hältst das Ei warm. Ja, ja, Liebling. Ja, ja, Liebling. Ja, Liebling. Ja, Liebling. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hokus pokus Fidibus, dreimal schwarzer Karte. Abra Kadabra. Na, ziemlich gut, was? Ja, wenn man mich so auf der Bühne sehen könnte. Oh ja. Absolut perfekt. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, aber hier ist auch nichts. Hokus pokus Fidibus, abra Kadabra. Hokus pokus Fidibus, abra Kadabra. Hokus pokus Fidibus, abra Kadabra. Hokus pokus Fidibus, abra Kadabra, hokus pokus Fidibus, abra Kadabra, abra Kadabra. Hokus, hokus, hilibus, akkadabra. Hokus, hokus, abakadabra, abakadabra, abakadabra. Elikadilla. Elikadilla. Oh Gott, meine kleine Frau. Ich brauche ein Ei, ein Ei, ein Königreich für ein Ei. Wo ist das Ei, wo ist das Ei? Hallo, Ei, Eilein, Eilein, wo bist du, wo bist du, das Ei? Ein Ei, ein Ei, 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 ei. Hallo, mein Süßer. Ist alles in Ordnung? Steh auf, ich will es sehen, steh auf. Mamas kleine Liebling. Daffel, das war das letzte Mal. Ich will die Scheidung, ich will die Scheidung, ich will die Scheidung, ich will die Scheidung, ich will die Scheidung. Und was haben Sie dazu zu sagen, Herr Duck? Bitte, euer Herren, geben Sie mir eine letzte Chance. Na gut, aber hören Sie nur eine Chance. Hokus pokus finibus, abracadabra. Hokus pokus finibus, abracadabra. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Abracadabra, du bekommst ein Ei. Meine Güte. Und seit 15 Jahren rackere ich mich auf dem harten Weg ab. Das Verfahren wird eingestellt. Setzt euch! Ssshh! Das ist alles, folks! Und nun, liebe Freunde, kommt Hugo, das Riesenbaby. Das Riesenbaby Hey, Leute, wartet auf mich. Kinder sind ja so putzig. Jede Menge will ich haben. Vitamine, eine Tablette pro Tag. Schaut doch, schaut doch. Hey, Mami, ich hab mich etwas verspätet. Äh, was gibt's zu essen? Ach, Hugo, mein Baby. Äh, Mami, äh, ich bin hungrig. Äh, ich sterbe, äh, vor Hunger. Ja, Zeit zum Essen. Du bist ein Vielfraß. Ein Blödmann. Er ist keine Ente, sondern ein Schwein. Hugo geht jetzt schwimmen. Hugo geht jetzt schwimmen. Aber Schatz, du kannst doch nicht schwimmen. Äh, äh, jetzt sagt sie's mir. Hallo, Mami. Er ist eine Nervensäge. Schlechte Gesellschaft für unsere Kinder. Ein übler Kerl. Wäre er doch nie aus dem Ei geschlüpft. Er muss von hier verschwinden. Der Fuchs kommt, der Fuchs kommt. Wir sind in Gefahr, mein Liebling. Hugo, du musst aussteigen. Hallo. Hab ich dich. Hilf mir, der Fuchs hat mein Kind. Hä, oh, du willst mit mir spielen? Jetzt hab ich dich. Toll, kennst du noch andere Spiele? Äh, äh, Spiele? Äh, Spiele? Jetzt spielen wir's Verstecken. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Äh, das könnten seine Fußspuren sein. Er hat sich gut versteckt. Schau hier rein, Blödmann. Ich hab dich. Ich hab gewonnen. Du kannst mich nicht verschaukeln. Ich weiß, dass du hier drin bist. Äh, ich glaube, du willst mich fressen. Willkommen zu Hause, Hugo, unser Held. Oh, echter Fuchspelz. Na, 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 na die! Na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. Hugo muss zur Schule. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Ich habe einen großen Apfel für Sie. Hey, Freunde. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Hugo, ich bitte dich, das zu unterlassen. Ja, Frau Lehrerin. Oh, oh, ich glaube nicht, dass ich dich auch nur einen Tag weiter unterrichten werde. Gnädige Frau, ihr Sohn Hugo wurde aus der Vorschule ausgeschlossen. Werde ich befördert, Mama? Nein, nein. Aber mach dir keine Gedanken, Liebling. Wir werden einen privaten Hauslehrer anstellen. Oh, aus dir werde ich ein Genie machen, Baby Hugo. Und nun, Hugo, lass uns anfangen. Es wird bestimmt lustig, Hugo. Und nun, Baby Hugo, Mathematik werden wir als erstes in Angriff nehmen. Angreifen? Angreifen? Oh, Junge, angreifen. 15, 25, 40, 32. Angreifen. Herr Lehrer, wo sind Sie? Na, lass mich raus. Gehen Sie nicht, Professor. Ich werde Sie retten. Befördern Sie mich? Du verrückter Dummkopf. Und nun, die Musikstunde. Lass mich hören, wie du den Feuerwehrmann auf dem Klavier spielst. Oh, boy! Klein, klein, tut, tut. Und auf, vor der Feuerwehrmann. Und hier kommt sie mit dem Feuerwehrmann. Klein, klein, tut, tut. Hilfe, Hilfe! Hilf mir doch jemand, Hilfe! 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 Werde ich jetzt befördert? Idiot! Dummkopf! Du bringst mich bis zum Wahnsinn! Und nun, das nächste Fach. Chemie. Ja, Herr. Ja, Herr. Beobachte es genau. Erst züttel ich die Chemikalien in zwei Gläser. Oh, Mann! Limonade! Und nun werden wir es versuchen. Und jetzt testen wir es. Gut, ich werde es versuchen. Nein, nein, testen! Nicht probieren! Das war hervorragend! Hey, Lehrer, lass uns doch eine andere Limonade machen. Ja, nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein Oh Herr Lehrer, werde ich jetzt befördern, werde ich jetzt, jetzt, Herr, jetzt, mein Herr? Baby Hugo, du bist klug genug, um mein Leben zu retten. Ich verleihe dir diese Urkunde. Schön, schön, danke mein Herr. Ich bin so stolz. Hallo Mami, wo soll ich meine Urkunde hinhängen? Und zum Schluss seht ihr noch ein Herz für Tiere. Musik Hallo, kleines Hündchen. Musik Na komm, komm schon. Musik 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 Wenn you're feeling terribly upset, you can bet you need a pet. If you trouble, get beyond control. Take a look, get the goldfish in the bowl. A canary bird will cheer your soul. With a tweet, tweet, tweet and a boop, boop, be doop. So if you haven't got a pet, it's yes. Get a dog, wow, wow, get a cat, meow. Get a fish, glug, glug, get a bird, tweet, tweet. Cause everybody ought to have a pet. Ich möchte den Hund kaufen. Aber Henry, der kostet doch viel mehr. Das ist ein Jammer. Henry! Henry, du bekommst den Hund, wenn du mich eine Weile im Laden vertrittst. Das mache ich gerne. Jordan! Mandy! Ah, ah, ah! Du willst spielen, was? Ah, ah, ah! Oh, hallo ihr kleinen Vögel! Oh! Na hoffentlich kommen die zurück, sonst kriege ich Ärger! Schau, was ich kann! Oh! 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 Henry! Henry! Du verschwindest jetzt besser! Oh! 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 Was soll das, Edry? Du bist dein Schatz. So, if you haven't got a pet as yet, get a fish, get a bird, get a cat, get a dog. Of course, everybody ought to have a pet. So, if you haven't got a pet, get a dog.